Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Omtie 2. Heute fahren wir die Linie 573 auf der Map in der Petal. Viel Spaß dabei! Abonnieren wir die Linie ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Guten Tag. Boah, fällt der Scheiße fest. Guten Tag. Hallo. Hallo. Danke schön. Einmal kurz Strecke. Boah, fällt der Scheiße. Glockenze. 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 Guten Tag. Hallo. Hallo. Einen Fahrschein bitte. Einen Fahrschein. Ein Jot, der fährt, der ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Guten Tag. Hallo. Einmal normal, bitte. Ich hab das mal. Ich hab das mal. Warum hier 30,000 Quadrant und 10,000 Quadrant? War das hierinteressalte Rot und 100,000 Quadrant? Ich hab das noch nicht laut und 10,000 Quadrant? Ich habe das nicht mit dem Schiff, die Führerschein gewonnen hat. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR